Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hole jetzt Brötchen für uns. Frühstück! Ich brauche hierfür was Brotmesser, aber sonst kriegt das nicht auf. Ne, ne? Wir legen ab. Wow! Cool! Hallo Hase! Mama! Nein, wir wohnen da vorne. Wir müssen gleich rechts rumfahren. Hier unser Kapitän. Jetzt sitzen wir im Bistro Le Jardin und das ist mit eines der besten Restaurants in Alcudia. Und jetzt gibt es hier gerade Vorspeisen. Super lecker! Gratinierter Ziegenkäse mit einer ganz tollen Juice und Seegucke. Schmeckt echt gut. Schmeckt gut? Mhm. Hier gibt es Burger und Tata. Es ist leider so dunkel, aber es ist ein leckeres Rinder-Tata. Die Strüge ist, wie eines Rinder-Tata ist! Ihr könnt euch damit woherst, oder? Dicot-Tata will wohl einmal! Dann wird admitieren wir ja Dicef von die liebreden, Ja, das ist nicht so schön, aber wir werden noch eines Rinder-Tata. Oh, das kennt? Die Strüge ist nicht so gut. Oua ist das Geliebreden? Was soll das?